Imperium. Ugo kann jetzt die Rattenhorde kontrollieren. Halte N gedrückt, um eine Verbindung zu den Ratten zu wahren. Ziehe auf die Rattenhorde und drücke RT, um die Kontrolle zu übernehmen. Und dann geht's los. Jaja, Ugo ist so ein bisschen traurig, aber wir... Vater, was ist los? Ach nichts, ich geh ein paar Soldaten essen. Hallo! 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 Was ist los? Ich weiß halt nur nicht, was das uns kostet. Hast du wirklich... Ja, kannst du aufstehen? Ich muss... Ruhig... Los... Gehen wir... Rattenfilet... Hast du sie wirklich beherrscht? Ja... Ich... Darf sie... Benutzen... Na gut... Gehen wir erst mal weiter... Okay... Dann gehen wir erst mal weiter... Das Gehirn ist ein merkwürdig Ding... Äh... Tut manchmal weh, manchmal nicht... Aber so ist das nun mal, ne? Äh... Okay... Das hat uns nicht so viel gebracht... Ugo... Könntest du die vielleicht ein bisschen wegtun? Ich möchte nicht immer so viel... Zeug verbrauchen... Naja, komm... Schmeißen wir mal Thea da rein... Und... Hopp... Einmal hier runter... Ich weiß noch nicht genau... Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch... In meinem Kopf hören... Hast du sie... Wie früher kontrolliert? Nicht wie früher... Dieses Mal... War ich in ihren Köpfen... Sei vorsichtig... Sie dürfen dich nicht... Beherrschen... Die Makula will dich einnehmen... Deine Emotionen aufsaugen... Du musst... Sehr vorsichtig sein... Bin ich... Tchuuu... So... Fünf Stücke... Äh... So... Ich will mich halt hier ein bisschen umgucken... Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben... So eine Fackel zu bekommen... Dann... Haben wir natürlich auch keine Angst mehr vor Ratten, ne? Weil Ratten und Getier... Das gönne ich mir... Oder so... Keine Ahnung... Zack... Sonst haben wir ja eigentlich nichts, ne? Vorerst... Kann ich diesen Haufen so auflösen? Okay, der hat... Der hätte ein wenig Harz... Aber wir brauchen ja nicht mehr aufsammeln... Als wir tragen können... Ist du auch besser? Oh, warte... Gut... Ich dachte, ich hätte etwas fallen lassen... Schwefel... Und du? Was bringst du mir? Nichts... Harz... So... Die Tür hätte ich gern offen... Ey... Hallo... Privatsphäre-Ratten... Oh, müssen wir zusammen da hoch... Nur um zum Looten... Das ist immer das Gleiche mit dem... Der kann sich nicht eine Sekunde alleine beschäftigen... Der Kleine... Äh, okay... Ein Stück Stoff... Der ist neu... Hä? Ein Stück Stoff... Der ist neu... Was willst du mir sagen? Dein Verband ist schmutzig... So... Wechseln wir ihn... Das meinst du? Okay... Wir könnten die hier verwenden... Sie sind sauber... Welche Farbe möchte ich denn haben? So... Damit fühlst du dich besser... Hoffentlich... Welchen... Ist Meg... Den da... Hm... Den einzigen, der lang genug ist... Das ist aber ungewöhnlich... Verbandwechsel bringt auf jeden Fall... Erinnerung... Welche Farbe? Ach, cool... Cool... Habe ich jetzt nicht mitgerechnet... Obwohl, eigentlich ist es ja gut... Dass das keine... Ähm... Spielentscheidende Situation war... Wie viele Teile haben wir inzwischen? Ich gucke mal, ob ich was herstellen kann... Mit 28... Nicht viel... Schade... Die Teile waren natürlich teuer, ne... Also die... Ähm... Die... Werkzeuge... Klar... So... Ratten erstmal eingesperrt... Meine Güte... Dieser Ort... Ist so groß... Wie sollen wir... Wir schaffen das... Stört bitte nicht... Okay... Noch nicht... Sie haben diese Leute aufgefressen... Lass die Toten... Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen... Dann geht's uns schlimmer als denen... Soldaten... Ratten... Vorsicht... Hä? Vorsicht habe ich da nicht gesehen... Ich habe nur Soldaten und Ratten da gesehen... Entschuldigung... So... Ah, nein... Das war gar kein Salpeter... Okay... Okay... Alles gut... War irgendwas... Sollte mir angewöhnen... Vielleicht ab und an mal zu gucken... Amicia... Da verstecken sich Ratten in den Becken... Vielleicht kannst du... Sie rauslocken... Vielleicht kann er das... So... Mit den Ratten da unten... Aufgepasst... Es geht runter... Mach ich... Könnten wir ja auf Soldatenjacht gehen... Aber irgendwie... Ich will gerne immer versuchen zu schleichen... Verstehst du das? Irgendwie... Einerseits denke ich mir... Boah, das wäre so cool... Andererseits denke ich mir jetzt hier... Wow... Wie soll ich das machen? Ne? Aber wie war das? Ne... Kann ich von hier aus nicht... Okay... Muss ich da... Komplette Sicht zu haben? Okay... Der... Dieser... Bereich ist echt sehr groß... So... Kann ich die von hier aus... Ah ne... Das darf ich nicht... Hm... Okay... Ich kriege die wahrscheinlich... Einfach nicht heraus... Aus den... Cool... Amicia... Nein! Cool... Äh... Ja... Das hätte ich sehen können... Das hätte ich sehen können... Ah... Ich dummes Kind... Falschen Knopf gedrückt... Ja, ja, komm... Kann ich nicht hier direkt... Neustart vom Kontrollpunkt... Nein... Ah, komm... So... Ich habe einfach... Äh... Bin losgerannt... Das ist sehr klug von mir gewesen... So... Dann versuchen wir es noch einmal... Ein... Letztes Mal... Ich weiß halt nicht, wie da zu nah ist, ne... Okay, da kommt noch einer auf uns zu... Ich würde ja gerne... Hier quasi einmal... Ah, du siehst mich nicht... Alles gut... Moment mal... Na dann... Ne... Ist alles gut... Der, der da angelehnt steht... Der braucht doch nicht... Ah, Mist... Der kommt jetzt gerade wieder... So... Ich möchte über diese Brücke... Früher oder später... Ich habe nur das Gefühl... Dass das eventuell gefährlich ist... Was ich jetzt vorhabe... So... Oh, da ist noch einer... So, wie viele haben wir? Wir haben da eine Ratte... Wir haben da... Den Menschen... So, ich möchte hier in den Topf... So, ich würde sie nicht gerne benutzen... Ich würde einfach gerne, dass der da jetzt da... Rechts langläuft... Und wir hier sind rüber herklettern... Und dann einmal die Leiter... Ach, die... Die Brücke hoch... Und natürlich den Blut mitnehmen... Das ist bestimmt kein Todesurteil... Ich will nicht rennen... Aber ich weiß auch nicht... Du bist nicht klug, oder? Nein, scheiße! Ach, Mist, ey... Ja, komm... Äh, wir versuchen es nochmal... Oh, die Story von dem Spiel ist so gut... Aber ich bin so schlecht in dem Spiel... Das ist der Wahnsinn... Also, auf jeden Fall... An dieser Stelle noch einmal... Vielen Dank, dass du dir das anguckst... Was war das? Der ist so nah dran, okay... Den habe ich gerade nicht gesehen... Als ich mich nur ganz, ganz kurz... Und sehr schlecht... Und sehr, sehr unübersichtlich... Umgeschaut habe... Da ist der... Okay, da kommt der gerade eben an... Das ist natürlich dann sehr dumm... Darüber zu laufen... Kann ich die kontrollieren? Ne... So, müssen wir hier ein bisschen ausharren... Abyssal warten... Ich finde es auch super, dass sie uns suchen... Und so total entspannt hier so rumlampfen... So ganz langsam... Völlig tiefenentspannt... So, ja, 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 ja... Ich werde nach der Stunde bezahlt... Nicht, wenn ich was geschafft habe... Die Arbeiter sind alle tot... Das war's nicht, du... Ich weiß... Oh, zurück... Da sind eine Menge drin... Sie könnten nützlich sein... Ich will auch die Kiste haben, muss ich gestehen... Na los... Benutze sie... Ja, ich bringe uns da durch... Guten Tag... Also, da komme ich nicht rein... Äh... Keine Ahnung... So... Den will ich aber auch essen... Hallo... Na? Möchtest du in uns reinlaufen? Na? Hallo? Oh, die Ratten kommen wieder... Äh... 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 Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Ratten wiederkommen... Und die essen... Hugo... Könntest du uns nicht helfen? Wie wäre das denn mal damit? Okay, wir sind jetzt hier... So, die... Die Tür geht halt nicht auf, ne? Genau... Ja, ich bringe uns da durch... Aua... So... Kann ich da... Kann ich da... Hä? Ich bin da doch gerade eben drüber hergeklettert... Komisch... Naja... Ich guck mal... Ich esse einfach mal ein paar Soldaten, ne? Lam 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 lam... Aaaah... Ich schau mich einfach mal ein bisschen um, so aus Spaß... Aaaah... Ich weiß halt nur nicht genau, wie ich da in diesen Bereich reinkommen kann... Was ist das denn? Ui... Hier kann ich runterlaufen... Du hast ne Fackel dabei, du bist also böse. So. Oh, übers Wasser wollen die nicht, okay. Was ist das? Achso, Kletter. So. Du bist auch böse. Äh, hallo? Kann ich dich nicht essen? Warum darf ich den nicht essen? Achso, er rennt weg. Ah, komm her! Oh, ist ja schnell. Okay. Dann, weiß ich nicht, ich. Wie viele muss ich essen, bis diese Rotte vorbei ist. Ich weiß halt überhaupt nicht, was ich hier jetzt machen muss. Moin, Rattenfreunde. So, du bist auch ein Ding der Vergangenheit. Ich weiß halt wirklich nicht, ich will in diese Kiste. Also in den Raum, wo die Kiste ist, sagen wir mal so. Nichts zu melden. Nichts zu melden? Nichts zu melden! Ha, 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 ha. So. Geschafft. Ich hab's eben gesehen. Oh, Soldat. Da komm ich nicht rein. Okay. Ähm. Au. Ja, mach. Toll. Vielen Dank. Ähm. Boah, ich weiß halt wirklich nicht, was ich machen muss. Ich kann, also, ich mach das jetzt nochmal, dass wir hier den, den Weg so ein bisschen frei machen. Weil das, könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell sinnvoll ist. So, dich krieg ich. Nein! Äh. Du mit deinem scheiß Feuer. Ja. Weil das bestimmt sinnvoll, wenn wir uns so ein bisschen den Weg freimachen. Da darf ich auch nicht rein. Da will ich aber hin, denke ich mal. Flohbeutel. Du bist ein Flohbeutel, wenn ich mit dir fertig bin. So, den krieg ich auch kaputt. Komm her, komm her, komm her. Ja, du siehst mich nicht kommen. Deswegen sollte man sich immer umschauen, wenn man im Rattenland ist. Und dich esse ich auch. Weil du bist böse. Nein, du hast eine Fackel dabei. Ist aber ungünstig. Oh fuck, die kommen hier hin. Ja, ja, mach das mal. Alles gut. So, die Ratten kommen nicht wieder. Ja, es gibt einen anderen Eingang. Ich könnte dich da von da hinten schicken. Oh wow. Hallo. Da sind die Ratten wieder. Ich muss hier mal kurz raus. Du bist zwecklos. Ernsthaft? Du bist zwecklos. Ähm. Ja. Ich weiß, dass ich da gerade Loot habe liegen lassen. Mist. Mist. Du bist nicht cool. Ich finde ihre Schwachstellen, was? Ich muss doch irgendwas gegen den machen können. Ich weiß, dass du mir schon genug Unkraut hast. Bleib bei mir, Ugo. Für euch keine Schlinge. Ich zermalme eure Schäden. Ich überhüte. Ach, verdammt der Hexen. Ich zerbreche dir den Schäden. Sieh dich an. Amicia, sein Rücken. Oh cool. One hit. Also, first try. So, nicht one hit. War ja two hit. Hab ich nicht mitgerechnet. Nice. Okay. Wir gehen mal. Oh, es hört einfach nicht auf. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher. Tu es schnell. Geh weg, das reicht. Beherrsch dich, Ugo. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. So. Dann machen wir nochmal ein bisschen Soldaten-Ragout. Scheusal ist auch ein schönes Wort. lang nicht mehr gehört. Vor allem mehr Männer. Mehr Männer. Wenn die Ratten satt sind, dann können wir endlich anfangen zu kämpfen. Hier ist die Kontrolle. Ugo, Ugo, was ist los? No, 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 no. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Ugo. Nein. Oh, Gott. Gott. Oh, wo kommen so viele Ratten her? Guck dir das mal an. Das ist ja widerlich. Oh, das war eng. Haben wir zu viele Soldaten gemessen? Einfach zu viele Soldaten gegessen und da verliert man einfach die Kontrolle. So ist das nun mal. Amicia, komm. Ich kann nicht. Bitte. Ich kann nicht. Amicia, schnell. Ich kann nicht. Amicia. Bitte, komm. Bitte, Amicia. Amicia. dir zu werden. Untertitelung. BR 2018